Baby, da kommt ja auch nochmal so'n schicker Welz. Der hat einen echt Langsat gemacht tatsächlich. Na ja. Welz? Ja. War so'n Gerät, was den ganzen roten Grill für sich beansprucht hat. So ein Gerät? Jo. Hm. Dafür war ich auf zu angeln. Ripp. Hm? Hm? Ach, ich hab hier nur überlegt, äh, hab grad das Angeln abgebrochen, weil ich gesehen hab, dass ein Fass geschwommen kam und in dem Moment, als ich geworfen hab, hab ich gesehen, die Varena hat das Fass gesehen. War ich schneller? War ich schneller? Mhm. Hm. Oh scheiße, ich mach mal was. Er ruhe Macraillen. Macraillen sind aber keine Willse. Oh, le Macraillen. Das was er spürt. Warum denn nicht? Ich möchte das vielleicht nicht. Schwabbel, die Babbel, die Babbel, die Schwabbel. Ähm, okay. Ich schmelz mal. Ja, 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 ja. Ich hab keine Planken mehr, ich bräuchte ein paar Planken. Alter, was ist denn hier los? Es sind sicherlich welche im Ding. Ja, angel die dem mal, ich guck mal hier oben, ob wir noch richtig sind. Also, wir gehen auf jeden Fall jetzt auf eine große Insel drauf zu. Ja, mag sein, aber wir wollen hier eigentlich. Gute ja. Hallo, Vogel. Hallo, hi. Ja, aber die Insel können wir ja mitnehmen. So groß ist die nicht. Nee, dann lassen wir sie links liegen. Na, ist gut. So groß ist die nicht? Guck mal hin. Oh mein Gott, wenn ihr sie wollt. Die Verena war schon auf ganz anderen Inseln jetzt gewesen. Richtig. Die zeigt uns jetzt, wie das geht. Oh, wenn ich euch zeige, wo ich im Let's Play aktuell bin. Da, das ist was ganz was anderes. Das wird schon sein. Wir sind ja auch noch nördige Anfänger. Da kommt was richtig geiles eigentlich auf uns zu. Okay. Aber ich hab doch hier grad raus... Ach nee, ich hab getrunken, aber hier nicht wieder rausgenommen. Verstehe. Süßwasser füllen, süßer. Doch. Boah, jetzt kann ich je wieder Salzwasser reinpacken. Weiß das eine super Sache. Also das ist ne Insel, wo wir definitiv sterben werden. Weil da Todesvögel auf Doom sind. Die mit Bär noch nicht, die ist ja Story. Okay. Ich merke schon, ihr wisst beide alle mehr als ich. Ich bin immer noch im Blind-Modus. Ja gut, ich guck das nicht. Boote die. Ach, selber gespielt hast du es nicht? Du hast es nur gesehen. Ich hab's nur gesehen, ja. Wieso fahren wir eigentlich rückwärts? Greift Booten nicht immer der Anker hin? Nein, weil wir das Steuerrahmen noch nicht haben, also können wir das Floß noch nicht drehen. Verstehe. Dann hätte ich doch weiter links rumfahren müssen, glaube ich. Oh, hinter euch. Da schwimmen lauter Dinger. Passt mal auf. Ja, ich bin grad voll dabei. Ich hab halt einfach Saft im Ast. Ich kann halt auch 5 Kisten besser anscheinend auf einmal herziehen. Wenn ich sie dann mal treffe. So, weiche Sachen, weiche. Pack mal das ganze Fischgedöns auch in die Essenskiste, ne? Nicht wundern. Teil. Ähm, Mittel. Krab, Metall, Krab, Metall, Plastik. Wenn wir dann wieder zurück sind, müssen wir unbedingt so ein Süßwasser Ding noch, also einen Wasseraufbereiter noch mal bauen. Dekorationssets brauchen wir doch eigentlich immer noch nicht, oder? So. Wie kannst du ja aufmachen. Ist das so? Ja, wenn es die linke Maustaste gedrückt wird. Oha. Wow, wow. Was hab ich gelernt? Sonnenblumen. Ach so. Wieso haben wir das denn nicht schon die ganze Zeit gemacht? Wir hatten doch immer 20 von diesem Päckchen auf einmal. Das macht so natürlich Sinn. Weiß ich nicht. Ich glaub, dass das Segel aktuell mit unneram großer Wenge befordert ist. Haben wir jetzt auch ne Weichkiste? Ach so, wir haben ne Hartkiste jetzt. Hart- und Weichkiste. Ja, weil die waren zu voll sonst. Versteht. Eine Hart-Weichkiste. Weich-Hart-Kischt. Also, schippern wir da jetzt rüber oder nicht? Bin bereit. Ja. Ja, ja. Aber halt langsam. Ich kann immerhin immer noch... Ja, weil wir wahrscheinlich... Gehe ich ja die Strömung hin, ne? Äh, ne. Weil wir wahrscheinlich jetzt so schwer für ein... Für ein Segel sind und deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich... Da fliegt schon wieder so ein blöder Adler um. Ähm. Und dahinten... Das ist ein Möwe. Oh, das wird richtig toll. Ich seh das. Oh. Blanke und... Scheiße. Rechte Meisters. Da wir ja eh noch ein wenig brauchen. Was hat er denn jetzt? Ach, er hat Hunger. Hier, rohe Rüben. In der Essenskiste ist doch ein Haufen drin. Das ist... Das ist... Wir nehmen den Fisch. Den Fisch. 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 Ich seh nen... Wildschwein. Bolzen. Das ist gut zu haben. Teil kommt... Back in die... Weich... Seite zu... Haben wir sowas für Samen auch? Haben wir eine quasi Samen... Das ist bei Essens drin. Samen? Samenbank-Flavor. Hm. Samenbank-Flavor. Solarium-Flow. Gibt's in der Nase, was ist hier los? Also Holz können wir auch bei Hard mit rein machen, wenn die andere hier voll ist, weil irgendwie... Was ist so viel Plastik? Ja, ja, ja. Okay. Kann schon nicht mehr laufen. Hallo, 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 hallo. Ja, tut mal leid, ich kann nicht helfen. Nein, ich hab mit dem Hai gesprochen, er möchte das bitte unterlassen. So. Jetzt hab ich wieder nicht mehr genug Sachen dabei, weil ich grad alles weggefuckt hab. Aber egal. Das ist Ersatzspä... Das ist Spä... Sind wir jetzt bald mal an der Insel dran? Ich glaub, wir stehen hier so ein bisschen still gerade, aber hier... Ja, weil wir gegen die Strömung... Dann kommst du da nicht hin, das hat nichts mit der Größe zu tun, aber... Doch, weil... Dei... Komisch, bei meinem Spiel, wenn ich das spiele, ist das nicht so. Ja, du hast da nicht so ein großes Floß. Ne, stimmt, meins ist größer. Ja, wirklich. Ja, ja. Da wird's. Glaub ich, äh... durchaus. Aber schau, das Wasser, die Wellen gehen ja genau in die andere Richtung, deswegen kommen wir da auch nicht ran. Hm. Wann höchstens? Hab ich noch ein Paddel? Warte. Hab noch ein Paddel. Eins Paddel. Warte, das wird mal immer lang halten. Kannst aufhören zu paddeln. Nein, jetzt mach ich's gar kaputt. Weil ich aber zwei Zegeln aufgestellt habe. Oh, jetzt, ja. Damit können wir dann... Was? Damit bewegen wir uns auch nicht. Doch. Wo denn? Na, der Hafenmüll. Genauso langsam wie vorher. Glauben wir's halt, das ist nicht, welcher der Größe des Floßes ist, weil wir geh hier die Strömung. Wirklich ist das, welcher der Größe des Floßes ist. Ich hab absolut keine Ahnung. Irgendjemand wird recht haben. Ja, der Max hat bestimmt recht. Der Max hat recht. Aber tendenziell würde ich das der Verena glauben, weil die, glaub ich, irgendwie gefühlt 20 Stunden die Woche gespielt hat. Ist mir egal, ich sag jetzt gar nicht. Ich baue mal Essen. So. Ah, genau. Auffüllen. Auffüllen. Hinten auffüllen. Hinten auffüllen. Hinten auffüllen. Hast du jetzt voll gemacht hinten? Ja. Yes. Warte mal, reicht bei mir das Zeug vielleicht noch für noch eine? Was brauchen wir denn in die Kisten ist doch alles mögliche drin. Planken, Kunststoff und Glas. Ach so, Planken. Ich glaube an Glas scheitert's. Ne, Glas haben wir... Aber wir haben... Wir haben Salz. Ne, Salz. Sand. Sand, ja. Wir können mal Glas machen. Ich bin drüber. Ja, bloß auch keine Planken mehr. Das heißt... Also, schau jetzt bitte nochmal zur Insel und sag mir jetzt einfach, dass ich recht hab. Wir fahren irgendwie tendenziell davon weg, bilde ich mir ein. Ja, weil die Strömung... Glaubts man halt einfach. Ja, aber wie können wir gegen... Es gibt ja nicht umsonste Mittel. Paddel! Ja. Paddel. Blanken, Kunststoff und Seil. Das kapitzt, ich will euch nicht an. Glaubt ihr das schon? Aber ich hab am allerwenigsten Plan von allen hier, von dem Spiel. Ja. Da brauchen wir aber auch blanke Kunststoff und Seil. Mwah. Seil, aber Seil hatte ich doch irgendwo mal... Wir kommen doch eh nicht gegen die Viecher an. Dann fahren wir jetzt halt einfach in Richtung vor unserer Story. Wir wollten doch mal Story spielen. Ja. Bitte. Aber... Gut. So, ich will jetzt so'n Paddling haben. Mit Stoff dabei. Äh... Ja. Ungefähr. Dann werden wir jetzt auch gleich wieder vorwärts kommen, weil das ja... Hier stehen. Genau. Gut. Einfach mal so lassen. So, und wenn ich jetzt hier... Soll ich so tun? Bobi! Wir fahren doch da jetzt gar nicht mehr hin. Warum nicht? Wir haben doch gerade gesagt, wir wollen mal Story spielen. Ja, wollen wir ja auch, aber ich dachte, das gehört auch dazu auf hin. Wir sterben doch eh nur auf der Insel, Mann. Ja, keine... Mach einfach nix und mach einfach mit. Wow. Wow, wow, wow. Wir kommen noch an mehrere größere Inseln. Wir haben doch jetzt oben das Ding, da können wir doch dann nochmal drauf zusteuern. Dann fahren wir halt erst einmal zu dem... ...markierten Dingens. Na, wenn ihr das sagt, dann wird das schon zu sehen. Richtig. Hallo, Möwe. Wie geht's dir? Ich weiß nicht, was ich an der Metallkäste wollte. Ich kann mich da nicht so richtig reinschleichen. Die haut dann trotzdem ab. Oh. Äh, ja. Okay. Hallo, Haifisch. Kannst du das bitte unterlassen? Ich möchte das nicht. Danke. Okay. Ich glaub der Haar ist tot, der Haar ist tot. Sehr gut. Allerdings... Dann wär's jetzt doch gut gewesen an der Insel zu sein, aber ist egal. Ja. Gerade. Aber du... Wir könnten dann... Schwimm zu die... Zu die... Zu die Fässer. Ich müsste vor allem halt zurück zum Boot irgendwann. Ja. Hey, das müssen wir ja... Das können wir ja erst im Story-Modus... Äh, wenn wir einen Teil der Story haben, weil wir den Bauplan brauchen. Für Ruder und Motoren und so weiter. Genau, Alter. Ich treff ja gar nichts mehr. So. Komm ich da jetzt zurück oder fahrt ihr da tendenziell zu schnell um das... Das schaffst schon. Gibt's da so schlechte Erfahrungen? Einfach zurückgelassen worden und bin gestorben. Was? Mann. Allerersten Tage, als wir das mal gespielt haben. Ach, das ist Einbildung. Ja, hinten. Es gibt Video-Beweise. Ach. Okay. Also ich habe Fleisch von der Haie Fisch für Le Grill. Das hier. Das ist voll. Dann hier wieder füllen. Verbrech dich. Das wieder voll. Schönen Federn. In die... Hartbox. 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 Weichbox. Federn. Hast gelernt, Flacke! Ja. Hier so ein bisschen... Irgendwie Angst, dass wir hier irgendwann... Oder ich vor allem da mal so wieder runterfallen. Das ist ein Block zu wenig. Holz. Man. Der hier. Fantastik. So. Dann der Axt mit Axt. Das ist wieder... Hier. Ein... Ja. Wir haben jetzt übrigens an... An... Zweiten... Äh... Trinkwasser aufgehört. Das ist... Aha. Aha. So. Okay. Dann könnte ich aber trotzdem... Nachdem wir ja irgendwie noch so wild rumtreiben... Hier noch... Die letzte Reihe mit so einem Sammelding. So. Sammeln jetzt hier frei. Ach. Weil schon wieder... Also... Irgendwie gerade... Musste die aber hier sein. Okay. Den Fantastischer verwertet? Einen hab ich jetzt noch gehabt. Den hab ich gerade rein. Gut. Und ich hab aber zweimal... Ich hab aber zweimal... Äh Quatsch. Viermal Glas jetzt verwendet für den zweiten Aufbereiter, ne? Ja. Aber den brauchen wir einfach. Ja. 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 Muss man auch. Nägel und Seil. Die Schmelzöfen werden schön... Ernsthaft gefüllt. Alter. Hier hier. Seil. Seil. Äh... Sammeln jetzt herstellen. Öffel weg. Den. 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 Den wird doch gar nicht mehr so weit haben, oder? Nee. Okay. Dreihundertsechzig Meter. Dreihundertundsechzig. 2,3 von denen krieg ich da dräher. Weil mir Planken fehlen. Wem fehlen die nicht? Ich glaube fester daran, dass wir irgendwann eine kommen nicht. So, jetzt machen wir hier nochmal alles voll, das wird dann probieren. Die Haifleisch ist falsch, das tu ich in die Essenskiste. Japp. Japp. Äh, ich hatte schon einmal Haifleisch. 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 Ja. Definitiv. So. Also. Mehr sein. Achtet, ich brauch mehr. Ein paar Palmenblätter waren das ja. Kannst du an die Weichkiste, aus der Weichkiste mal ein paar Seil, also ein paar Blätter neben Seile machen und dann Seile gleich reinpacken, oder? Ja, sofort. Also. Im Prinzip ist das eine sehr gute Idee, die ich umsetzen werde. das muss man auf der Seite haben. Aber ich muss hier das Project finally abschließen. das ist der Funktur. Ja. Genau. Kommt er schon? Ja, ich sehe ihn da hinten. Sehr gut. Ja. Da muss man hin. So, das ist effektiv. Ah, ist auch noch. Ja. Lampen. Wer hätte es gedacht? Seile. Weil es einfach war. Ach nee, das war das zweite oder das dritte Ziel. Mit der Insel da, wo dieser zweite Funkturm oben ist, wo du durchs Gift musst. Was du alles so isst. So weit war ich noch nicht, aber. Ja, das, was ich gestern gesehen habe, das habe ich fertig gemacht. Ah, ich will es ja gar nicht. Ich will es selber x1. Deswegen ist da nichts her. Was denn du das andere, ach so, das Glas tue ich mal bei Hard 9, ne? Ja, ja. So. Ist ja auch kein Weichglas. Ja. 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 Ich habe mein Projekt einmal links rum. Ja, da kommt da A-Kiste, du die mal. Ich sehe nichts. Weil, da wo Tobi gerade war. Was hier? Ja. Wo musst du ran? das einzige was ich nicht weiß ob wir dann strom über auch mal solche generell über solche windgeneratoren machen können würde ja von der logik erst hin ergeben oder zwei sie nicht auch keine let's place ich spiele selbst das habe ich aber beim beim gas station simulator habe ich auch geguckt und selber gezockt bei dem spiel will ich es echt selber das heißt das aufgrund hat ich gesagt wir spoilern nicht gegen deswegen genau auch nichts Aua. Eeeet. Mühe noch. Mühe noch. Mühe noch. Mühe noch. Stopp. Mühe noch. Mühe noch. Und... Hallo Vogel. Ein Instagram. Ich glaube wir können noch ein Stück warten. Wir sind schon angestunden. Eiiiiiifisch. Hör auf damit mein Blos zu zerbeißen. Hätte er das Holz einfach behalten sollen. Ein bisschen so... Okay passt auf. Geht ihr nachdem ihr e-streamt, geht ihr dahin und zackt alles Ei. Ich passe hier auf mit einem Ei. Und ich war ja eh schon da. Ich mach mal meine Reparatur hier. Okay. Ich werde sie aus. Das ist in der Nähe. Wir müssen wir zwei Wochen vor Ort, als wir Selin kommen. Werden die Teams nicht responsive zu machen. Ich habe es, Brüß. Man könnte dann sagen, hier sind etwas d烈. Die anderen Dimensionen sind unter water. Wenn Selin dann tot, Sie haben nichts. Ich habe ein Hai-Problem. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid im Wasser. So, jetzt ist die Frage, von wo aus muss ich hier hoch bringen? Du kommst irgendwann hoch. Habe ich gecheckt von ihm. Was gibt es hier denn noch eine Stirnlampe? Gibt es doch sowas, da hatte ich doch das Unterwasser, maybe. Wenn es Dark ist und ich es wäre sehen. Wieso höre ich das nicht? Ich höre irgendwie den Spiel-Sound nicht auf meinem Headset. Weil du vielleicht den Audioausgang auf dem Bildschirm eingestellt hast. Ich habe hier gerade schon auf Headset gemacht. Ich weiß es nicht, vorhin bei dem ganzen Umstellen wahrscheinlich irgendwas versteckt. Rausgezogen. Ich weiß es nicht. Weil sonst höre ich ja den dummen Highlight. Ja, das ist ein Böder dann. Ja, dann muss ich halt jetzt surbingen. Na, Tobias, ganz oben? Ja, ja. Just in diesem Moment. Weil hier durchgeduck jumped. Ja. 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 Du gläubiger, schlusser Höhe. Okay, dann würde ich jetzt mal über die Satala sprechen. Ich habe mich gehört, dass ich als ein Marathon-Expert habe. Vielleicht durch die Welt-Syncing. Awesome! Lass uns rausgehen! Furcht? Hast du wohl durch? Nein, nein, passt schon. Alles gut. Ich habe die Flasche dabei. War witzig, weil es kostet was. Ja, ich musste. Aber von dir aus scheint man nichts weiter tun zu können. Ja, Bauplan war schon mal wichtig. Wollen wir noch mal über das sprechen, oder? Naja. Scheiße. Ja, plopp. Habe ich gerade schon mal gepritscht? Reicht an. Kommt man da ganz rauf, rauf wahrscheinlich? Eigentlich schon. Also dazu ganz Satelliten-Schüssel. Ja, komm. Ach so. Das weiß ich nicht. Auch weil da ist meistens noch irgendeine Kiste oder so. Nee, zumindest. Da hat ein... Vielleicht könnt ihr euch Gicher-Seitig irgendwie auf den Kopf stellen, oder so. Vielleicht bin ja doch zu weit unten. Na, es gibt ja keinen Falling-Damage hier inzwischen. Oder so gut wie nicht. Ja, irgendwann schock. Ja, man könnte das ja probieren, weil wenn wir... Dann da noch hoch, bitte hoppen. If you are already there. Habe ich nun da gefallen. Bläh. Jungs, was macht ihr denn? Ja, offensichtlich... Watschi. Naja, es gab hier auf jeden Fall... Ähm... Bisschen Metall, Stein und sowas. Bauplan, Stirnlampe, Recycler... Steak mit Marmeladenrezept. Einmal Glas. Zwei Boltz... Zwei Metallbahn, einen Bolzen. Sechs Charreniere. Und das wars dann so. Und halt irgendwie diese... Diese Lady hier als Spielbahn-Charakter. Hast du ne Bauplan-Aufbereiter auch noch gehabt? Ähm... Müllrecycler. Dass er diesen Recycler halt... Störnlampe. Ja, Müllrecycler. Weil da kann man dann mit dem Recycler solche... Plastikkugeln doch machen, die man beim Händler... Gegen Köder tauschen kann. Da hab ich schon mal geguckt, wie das geht, dass ich vom Händler... Ähm... Angelköder kaufen kann. Hm. Ja, kommst du nochmal hoch? Oder eher... Njert. Naja, oben wird nix mehr sein, oder? Achso, ich glaub fast nicht, aber ich hätte es jetzt... Wart ihr schon unten drin? Ne, ich kann... Ja, da war ich als allererstes drin. Überall. Also du meinst... Das Unterwasser-Ding meinst du, ne? Ja. Überall. War doch bloß zwei Räume, oder? Oder drei? Ich weiß es nicht, das war schon ein bisschen mehr, glaub ich. Na, dann guck ich halt nochmal. Na, ich guck... Ja, oder... Bastfire auf mit'n High. Ihr müsst rechtzeitig schon, bevor der ganz in euch dran ist, zustechen, weil dann trifft er euch nicht, aber ihr ihn, ne? Musst deswegen austesten. Ja. Aber das hab ich noch nicht so ganz rausgekriegt. Ja. Auch immer die ans Land-Kide... Leichte-Wassertaktik. Das funktioniert ganz gut, aber hier wird's halt nicht funktionieren. Ne, da wird's schwierig. Ne, da wird's schwierig. Gut, be a little bit deepy goldy is indeed. Das Essen nicht lausche wieder dann. Irgendwo beißts. Naja, zum Glück nicht, aber ich brauch was zum Essen, weil ich hab grad ein Hungerproblem. Ja, äh, Essensschrank ist voll gefüllt. Ja, ja. Muss vorher Sachen ablegen. Weil sonst nix immer Glitch. Wasser ist auch da, alles ist da. Ja, ich hab jetzt hier die Kiste mit los. Jetzt muss ich mal kurz hin gucken. Vogel. Mehr war hier nicht. Und den Schrott hab ich mit eingesammelt, aber mehr dürfte hier nicht gewesen sein. Das heißt, ich trau jetzt noch mal auf. Oh Mann, Vogel, verpiss dich halt. Hallo. Ja. Ne, weiter runter geht's hier nicht. Weil hier ist nur noch Fundament. Ah, irgendwie. Alter. Ja, jetzt höre ich das Spiel. Ja. Jetzt höre ich das Spiel. Ja. Okay. Essen, den Ballon, den Ballon, den Ballon. Perfect. Perfect. Trinken, 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 trinken. Genauso wichtig wie essen, sagten sie. Also theoretisch... Ne, wir hätten da Notiz 5... Ne, es steht ja im Bruch drin, ne? Radio Tower, 5502, das ist... Ne. Alter. Weißt du wohin, oder soll ich's machen? 5502. Hat er gesagt. Weil 0511 war ja Radio Tower, das ist ja das erste. Genau, 5502 müssen wir machen. Genau. Machst du, oder soll ich? Guck, der wollte. Mir egal, ich... Ohne? Ich kann's machen, wenn du's gerne auf deinen Stream hättest, musst du's machen. Ah, der Hai, Tobi. Hinter dir. Okay, ich bin halt auch oben. TV ist 5. 0. 2. 2. Okay, und jetzt müssen wir zum Blauen hin, ne? Ja. Dann müssen wir weit. Genau. Dreh's mal, schön. Ne, wir müssen erst einmal den Anker lösen. Ja. Das kann ich machen hier. Ah, Ankerlicht. Das waren wirklich nur zwei Stockwerke mit bisschen Räumen. Das sieht los. So, jetzt müssen wir erstmal hier vor. Lass mal hier rauskommen. In welche Richtung drehst du? Ja. Das ist schlecht, ich komm da irgendwie rein. Aber gut, man kann ja auch nicht durchfallen. Also geht's auch nicht von unten raus. Raus. Ja, okay. So. Und wie ist das jetzt hier? Wir sind in der Mitte wahrscheinlich und... Genau, wir brauchen das Blaue, was jetzt noch 1000... Schafft ihr das? 900, 24, 23, 22 Meter weg ist. Naja, und jetzt können wir das irgendwas ausmachen. In welcher Richtung fahren wir? Ja, wir warten noch, dass wir gerade sind und dann... Lass mal in die richtige Richtung und dann... Was ist gerade, wenn's ganz nach oben zeigt? Warte mal, wir werden die Cycles erstmal einfahren, sodass wir einfach mal nach der Strömung gehen und dann sehen wir ja, wie wir uns ei pendeln. Mach mal dabei aus kurz. Jetzt verschwendet nur Batterie. Los, Kodak. Dass wir hier erstmal rumkommen. Und wenn wir hier ein Stück weg sind, dann... Da steht... Können wir es justieren? Können wir ju-stieren? Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ich hoffe doch ganz sehr so. dann Dann und dann. Können wir es tun, dich drum, Dareno? Nee. Ja, ich mach's. Warte, ich geh hoch. Jo. Na gut. Und das ist dann aber vermutlich bei irgendjemand haltes grad, ich höre mich hier doppelt schlussens mit dir, Max. Mhm. Wenn ich rede, höre ich's irgendwie für die Kopfsch. War bei der Verena. Okay. Hä? Echt jetzt? Ja. Ja, wahrscheinlich ist dein Mikrofon grad so sensibel, dass... Warte, ich mach's. Ich... Das, was du im Kopfhörer hörst, dann davon genommen wird. Ist doch nicht schlimm. Ja, wir wollen wollen, Flo. Ja, ist das nicht schlimm, aber ich höre das doppelt hier. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich weiss nicht, wie ich das jetzt seit Umständen soll. Keine Ahnung. Moment. Jürgefähr ist eines Mite. Wenn du als Pängst, dann wärmer. Leute auf Unfortunately. Kann ich euch das so wenig problemas? Vielen Dank.